Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Senatorinnen beliebigen Geschlechts, sehr geehrte Kolleginnen beliebigen Geschlechts, sehr geehrte Gäste beliebigen Geschlechts. So, es wird hier ein Gesetz beschlossen, wo ich schon seit über zwei Jahren mit schriftlichen Anfragen, 20 Stück an der Zahl, versucht habe, auch in diesem Bereich der Filz und Korruption Licht ins Dunkle zu bringen. Ich wurde davon in der eigenen Fraktion und in allen Kollegen auch angegriffen und diesbezüglich bezichtigt und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass einfach über den Inhalt dieser schriftlichen Anfragen hinweg gesehen wird, dass der Senat die schriftlichen Anfragen teilweise ungenügend beantwortet hat, sodass Nachfragen mehrfacher Art notwendig waren und trotzdem hier kein Licht ins Dunkel gebracht werden konnte. Hier ist offensichtlich sehr viel im Schwarzen, was da auch bleiben soll, anhand der Macht und der Kraft, die da investiert wird, um mich in diesem Zusammenhang ruhig zu stellen und klein zu halten. Das finde ich unerhört und dementsprechend, sei still, Alex. Das kannst du bei anderen mal machen. So, ich finde das nicht in Ordnung von dir. So, gerade du. Im Allgemeinen möchte ich mich noch einmal für allen bedanken hier, die im Haus mit mir zusammengearbeitet haben. Ich werde, ja, mach mal weiter so. Ich sage, könnt ihr gerne alles machen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ihr werdet ab dem 18.09. es noch bereuen, dass es diese Fraktion, der ich angehöre, nicht mehr geben wird. Das werde ich euch so sagen. Und ihr werdet auch in der laufenden Legislatur für mich am Anfang irgendeiner Plenarsitzung mal aufstehen dürfen und eine Minute stillschweigen. Vielen Dank. Das war's.